Du hast schon geübt, du hast schon geübt, alles klar, dann können wir uns ein Gruppen machen. Jetzt verlicht er das, wenn wir wieder... Dann ist es zu Ende. Verstanden? Ja. Okay. Hier, Roland. Seid ihr bereit? Auf, ich bin hierher. So. 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 Jetzt auch der Maximilian auf der zweiten Hälfte. Jetzt wird es richtig hart, das ist bei allen so. Jetzt muss man kämpfen. Jetzt laufst du gleich runter und über dich. Jetzt wird es hart. Jawohl. Wo ist es noch? 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 Wo ist es noch?